Hallo und willkommen zum Horror Gameplay. Es geht weiter mit Layers of Fear. Neben mir ist Mr. Pieper. Hallo Mr. Pieper, hallo, hallo. Nice to have you. Hallo. Thanks for having me. Und wir sind in unserer Spider-Man Woche, deswegen habe ich ein Spider-Man Kostüm an. Ja, ich habe das nicht ganz mitgekriegt. Du hast es nicht ganz mitbekommen. Dresscode war in Spinnen-Optik. Mr. Pieper. Ja, ich spinne doch regelmäßig. Du spinnst. Okay, das akzeptiere ich. Ah, Blutbilder. Ach, das sind wieder diese Höllenpapaga... Oh nein! Ist das der Speicherpunkt gewesen? Im Ernst? Wir waren doch viel weiter, oder nicht? Da fehlt ein Stück, ja. Oh je. Alter, wenn der jedes Mal nur bei den Bildern speichert, dann müssen wir aber gut durchkommen, ne? Ach ja, sowas. Das ist dann immer jedes Mal dieses Ungewöhn. Ist das hell, ne? Sind die Lappen heller als sonst? Ich sehe überhaupt nichts. Ich glaube echt, die stehen ein bisschen näher dran, kann das sein? Jetzt kommt da auch noch irgendwer. Ich glaube, die Lampen stehen ein Stück näher dran. Der ist das? Ach, ein Stanja ist das. Vom Gang her. Okay, das ist echt voll... die sind hinten näher dran, ne? Als sonst. Ja, ein bisschen meine ich. Deswegen, ich sehe jetzt da auch den Bildschirm zum Beispiel nicht. So ganz. Da müsste ich dann so... irgendwie Verrenkung machen. Ich habe überhaupt keinen Schimmer mehr, was schon wieder war letzte Woche. Ey, der jeder Raum anders war als der vorige und der sich sowieso wieder in sich geändert hat, wenn du dann wieder zurück wolltest. Weiß ich nicht. Ich habe noch mal den Anfang nachgeguckt. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen untergegangen. Das ist unser Haus, ne? Ach, wir sind der Typ? Das ist unsere Hütte hier auf jeden Fall. Wir sind der Typ, der da durchgedreht ist? Das weiß ich nicht. Da gucke ich einmal auf dem Chat und dann passiert so eine Scheiße. Fängt schon gut an. Papa Wocce, hosted mit ganz vielen Menschen. Hallo Papa Wocce Menschen und hallo Papa Wocce. Hallo. Ist ein guter Typ, der Papa Wocce. Typ? Ist ein guter Typ. Typ? Ne, wir waren doch hier. Wir haben hier gestoppt, glaube ich. Ich sehe nichts. Also eine Taschenlampe, wenn ich da ist, ne? Ach ja. Kann irgendwer aus der Technik kurz herkommen und die Lampen ein bisschen umstellen? Ich sehe überhaupt nichts. Ne, ich muss auch so richtig so... Jetzt sehe ich was. Ich sehe uns mehr, als ich das Spiel sehe. Stimmt. Jetzt wurde es ab. Ich war gerade gar nicht drauf geachtet. Ja, irgendwie so ein bisschen seitlicher und nach hinten und so. Genau. Der Error muss dann gegebenenfalls den Green Screen, den Key nachstellen, aber ist alles live. Ja, ist schon viel besser, Alter. Und das mit der anderen auch und dann bin ich glücklich, wie ich noch nie in meinem Leben glücklich war. Ich glaube, du wärst noch glücklicher, wenn wir gleich 23 Uhr hätten, ne? Ja, genau. Wenn wir nicht einfach lieber sowas wie Teletubbies spielen könnten. Das Abenteuer. Jetzt neu mit Regenbogen DLC. Ich kenne da eins. Slendertubbies heißt das. Slendertubbies. Das klingt richtig schön. Das klingt sehr, sehr schön. Wie? Achtung. Warum Achtung? Hör auf, du hast eine Lampe. Ach so. Dude, hör auf. Nein, er hat gerade so ein bisschen darüber kaputt gelacht, weil du dich vor der Tür, die sich öffnet, was eine Tür ja für gewöhnlich nicht macht, erschrocken hast. Deswegen wollte er dich auf die Lampe hinweisen, dass du dich da auch nicht erschreckst. Äh? Glibber? Das war das letzte Mal aber nicht, oder hab ich das nicht gesehen? Ist da wer aus dem Bild gekommen? Wo kommt der Stock her? Ja. Aber das scheinen ja irgendwelche Flashbacks zu sein, oder nicht? Ja. Ist das ein Hühnchen? Nee, so ein, äh, der hat doch Hörner. Hörner? Ja, ja. Ach so, jo, so rum. So rum. So rum. Ja, ich dachte, das wäre so eine Hand und irgendwie so ein Sch... Mach ich auch nicht. Du könntest, glaube ich, so ein abstrakter Maler werden. Ich? Ja, ja. Ich bin großer Künstler. Abstrakte Kunst, aber... Fertig. Mmmh. Ja, an den Raum erinnere ich mich noch. Und den nicht mehr. Mh. 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 Welche die kaputt? Und du weißt, dass du durch die Räume da irgendwie nicht wirklich rauskommst? Hat es auch Eltern, die das gesagt haben, so ne? Wenn man das mal gemacht hat. Wieso geht die Lampe kaputt? Das Problem ist so, du kommst ja aus dem Haus nicht wieder raus und kannst keine neue Glühbirne holen, ne? Ah, ne. Ah, ne. Das geht doch gleich jetzt los wieder. Das ist das Schlafzimmer von irgendwann. Ja, aber da stand das Grammophon noch nicht auf dem Tisch, oder? Hinter dir war eine Schaltplatte. Ich hab Angst. Really? Ne? Ach. Dann läuft das Ding um den Platz, dann kommt der Demo mit, um die ich sag jetzt dir. Irgendwie so achten. Ich kann mich ein wenig noch verstecken. Das soll nicht so einfach mit der Störung haben. Du hast vielleicht nicht lange genug gedreht oder so? Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Musik. Musik. Er teilt dann irgendwann auf, ne? Ah, 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 ah. Sag ich doch. Die Stimmen. Leck mich doch am Sack. Fuck you. Ja, wie denn? Du steckst den im Anzug drin. Scheiß Spiel, ey. Jetzt geht die Tür zu. Es geht sie einmal nicht zu, wenn man sagt. Immer ging sie zu. Jedes Mal zu, ne? Dieses eine Mal nicht. Äh. Hallo. Ich hab gesagt, dass du ein bisschen länger kurbeln solltest, glaub ich. Oh, diese Steuerung. Oh. Was? Prothese. Achso, der Tasse war das, ne? Oh, es ist weg. Naja. Wird wohl nicht so... Es ist unnatürlich. Hallo? Es sieht einfacher aus, als es eigentlich ist, ne? Okay. Ah, mit einer schnelleren Geschwindigkeit dann, denk ich mal, ne? Dann spielt der es jetzt ab. Der Schatten? Ah, ne, Dreck. Woh? Ah. Wo? Wo nen Lappen? Ich hab's rückwärts spießt jetzt ab. Ah, yeah. Jetzt machen wir so ein Zeitreisending schon wieder die ganze Zeit. Wie eben auch. Oh, leck mich am Arsch. Oh, mein. Oh, ne. 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 Bahah. Uh,Weeh. Weeh... I needed a jar, and a plastic tubing I siphoned gas before I knew how it was done I sucked the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth then put the tube in the jar and it just kept coming dank the taste of copper haunted me the entire night why didn't I think of a syringe Was ist denn hier los? Das muss so nicht. Also das Bett ist irgendwie so ein bisschen heiß gelaufen, glaube ich. Hä, was ist das für ein Glibber, so ein Silbernis? Also natürlich sieht das nicht aus. Absolut nicht. Soll ich nochmal wieder vorwärts spulen? Ja, mach mal. Können wir dann reisen, zeitmäßig? Vielleicht kommst du dann ja wieder ins alte Dingens zurück. Nee, doch. Guck mal aus Bett. Okay, vielleicht müssen wir aber in dieser kaputten Zeit bleiben. Und dann durch die Tür. Ja. Aber die Tür war, glaube ich, kaputt gerade, ne? Ich guck mal, ob ich da jetzt wieder durch kann. So, die gleiche Räumlichkeit, okay. Aha. Aha. Okay. Speicherstation, Fragezeichen? Womöglich. Ja, da kommst du doch gerade. Nee, Quatsch, du hast ein paar Räumen dazwischen schon wieder gehabt, ne? Mhm. Ich hab irgendwie das Gefühl, wenn du dann irgendwas am Bild machst, dass der dann auch speichert. Aber es... Okay, kannst du doch. Was ist das denn für ein blutiger Condor? Ist das ein Hund? Nee. Das ist irgendwie undefinierbar. Ach nee, das ist auch, glaube ich, ein Flamingo. Nur aus einer anderen Perspektive. Schon spannend. Den siehst du quasi von hinten und der guckt da mit dem Kopf so in die Richtung. Ah, jo, 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 jetzt seh ich's auch. Solltest Kunstkritiker werden. Ich weiß ja nicht. Das hab ich ja jetzt reininterpretiert, ob das jetzt korrekt ist. Selbst jetzt verloren alleine, du verdienst, ist ein Grab für dich. Da kommt immer was Neues dazu. Und irgendwann steht da so, ist das so eine McDonalds-Rechnung oder sowas. Oh, stopp. Ich kippe, ich katt. Es ist nur ein bisschen was, das hilft, mich auf mein Arbeit zu fokussieren. Das ist alles. Das ist alles. Nach dem Horror-Gameplay ist ja immer Dirk bei Daylight. Und dieses Mal wollte sogar die Lena mitspielen. Jo, das hab ich gerade im Chat gelesen. Wo ihr euch noch in dem Marvel's Hero Omega vergnügt habt. Vergnügt, sagt er. Das sah so ein bisschen wie Vergnügen aus. Nee, nee. Okay, nächstes Kapitel. Ich werd mir das leider gleich nicht mehr antun können, weil ich direkt gleich wieder weg muss. Ach, du musst morgen so früh arbeiten, ne? Um 5 Uhr muss ich antreten. Das ist echt cool. Das wird ekel. Aber naja, dafür drei Tage frei. Trotzdem cool, dass du hier bist. Ach, die Leute und ich, wir freuen uns alle. Freude ist ganz meinerseits, oder wie heißt das so? Wie, diese Tür geht nicht auf? Das ist aber komisch. Ah, oh Gott! Oh Gott! Tut mir leid! Ah! Was war das? Warum erschrecke ich mich so? Es war doch nichts Schlimmes. Es war sogar vorhersebar. Der ist durchs Fenster geflogen. Ich hab doch auf das Fenster gar nicht geachtet. Was ist denn? Matsch? Tomate? Alles zu jetzt. Also ich finde das jetzt nicht ganz so normal, aber okay. Hm. Hi. Wird das dunkel? Ja. Wurz gerade zumindest. Neues Bild. Jo. Siehst du schon wieder? Ja, natürlich. Irgendeiner rennt immer die ganze Zeit hinter uns her und schließt die Türen wieder ab, ne? Ich bin sicher, du musst deine Klavierkünste holen. Ah! Ah! Tja! Ah! Ich glaube ich bin klinisch nicht mehr ganz so auf dem Dampfer. Wenn es so weiter geht. Ah! 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 Jo, alles klar. Ich sehe ja nichts da drin. Tür ist wahrscheinlich schon wieder abgeschlossen jetzt, ne? Ja, da rennt ohne Scheiß, da rennt einer hinter dir. Anders kann ich mir das nicht erklären. Was ist das? Kleiderschrank. Haunting, mimics, knock, knock, knock. Ah! Quälende Imitatoren, klopf, klopf. Ich lass dich nicht rein. Nur ein Kleider hinterlassen. What the fuck? Ah! Alles gut. 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 Hi. Der Kuchen ist eine Lüge. Kreative Blockade. Oh nein. Nicht umdrehen. Bildlich dargestellt. Ah! 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 Ich hab mir ein Mädchen geschrien. Ah! 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 Ein bisschen überkam es mich auch gerade. Ah! 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 Das war ein bisschen hoch. Ich brauche erstmal Apfischschorle. Ja, da bin ich dabei. Alter. Ein bisschen Mut antrinken, ey. Ich habe mich auch über diese Puppe erschrocken. Also ganz so ohne war das nicht. Da muss ich in den Schutz nehmen. Du hast doch nicht wie ein Mädchen geschrien. Aber auch schon höher als für gewöhnlich. Guck mal, der Schatten ist ein ganz anderer. Ja. Ist das ein Sichel oder sowas? Schlüssel. Sieht zumindest so aus. Fuck, ey. Ah! 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 Oh man! So schnell ändert sich einfach mal der Raum, ey. Ah! Oh man! Ah! Ah, so. komme noch mit mir. Er schlittert nur noch aus seinem Arbeitszimmer heraus und herein wie besessen an einem gescheiterten Gemälde nach dem anderen arbeitend. Er will nicht mal mehr mit mir schlafen. Ich weiß, dass er mich abstoßend findet. Der Blick, mit dem er mich neulich angesehen hat. Dieser erbärmliche, schmerzvolle Blick. Eine Mischung aus Scham, Schuld und Abscheu. Mir ist klar geworden, dass ich in den Augen meines Mannes ein Monster geworden bin. Nee. Es fühlt sich an, wie etwas, das eine Frau niemals mitmachen sollte. Dennoch, als die gute Ehefrau, die ich bin, habe ich mich dazu entschlossen, die Fantasie meines Ehemannes wahr werden zu lassen. Wenn er denkt, ich sei ein Monster, werde ich diese Rolle verdammt nochmal ausfüllen. Na, supi.